Hallo Royal, willkommen und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Mein Name ist Gladys und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen von unserer Eigenproduktion Room 21. Gladys, mach jetzt schon deine Nägel fertig und... Wie ihr sehen könnt, sind wir bereits in unsere Outfits geschlüpft, aber nicht, weil es schon losgeht, sondern weil unser liebes Mediateam uns mal wieder auf die Nerven gehen möchte. Dieses Mal mit einem Fotoshooting. Jedenfalls sind wir gerade unterwegs zum Soundcheck und parallel dazu sehen einige von uns die Location zum allerersten Mal. Room 21 gab es bisher in zwei Ausführungen. Beide Male aber online. Für die dritte Edition hat sich der Musikaufschuss aber überlegt, eine hybride Version daraus zu machen, und zwar mit Live-Publikum. Das Kernkonzept ist uns aber erhalten geblieben. Wie im ursprünglichen Format luden wir unsere Zuschauer zu uns nach Hause ein. Deswegen auch die kuscheligen Plüschlappen. Ein Riesendank geht deswegen an unseren Gastgeber Ufa Studios Münster raus für diese tolle Kooperation. Das ist ein Riesendank. Das ist ein Riesendank. Das ist ein Riesendank. Wir haben gerade noch ein paar letzte Anweisungen von unserer Chorleiterin bekommen und jetzt ist Showtime. Wir haben gerade noch ein paar letzte Anweisungen von unserer Chorleiterin. Wir haben gerade noch ein paar kleine Chorleiterin. Wir haben jetzt Pause. Der erste Teil war angenehm. Die Menschen sind smooth drauf und ein paar Tänzer dabei. Aber the most important thing is, die Message kommt an, sei das das Wichtigste. Die Menschen sind smooth drauf und ein paar Tänzer dabei. Das war's auch schon, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr nichts verpassen wollt, denkt daran, uns zu abonnieren und aktiviert die Glocke. Tschüss. 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 Tschüss.